Ja, das ist ich. Du wirst wahrscheinlich fragen, wie ich in dieser Situation bin. Der sackt, der sackt. Der sackt. Ich kenn ihn. Ja! Joga, warum krieg ich da die ganze Zeit respawn? Ich hab nen fucking Juice drin. Ich hab jetzt schon dreimal der respawn draufkriegt. Was will ich mit nem Sniper als mit fucking faster respawn, Junge? Ja, alles klar. Und dem Gegnerteam gleich mal 2S+, Leute. Ist klar. Da kann man hoch! Ich dachte, der hängt da jetzt erstmal unten. Aber nee, der hängt da gar nicht, Digga. Ich häng einfach. Jungen, was hat der für nen Zap? Der hat auch gegrindet, Digga. Muss ein bisschen weiter wegstehen. Ich touch immer aus Versehen das Mikrofon. Baited. Wie sind die immer da, alle? Wie solche Maden, Alter. Wie viel hab ich schon von denen weggemacht? Wie lebe ich noch? Ja, wo ist denn die Bombe, Alter? Das ist ja mal lächerlich. Ich wollte vor allem, den Typen wollte ich direkt treffen und dann war einfach die Kante. Oh, Alter. Weißt du, wenn du 90% drauf hast, dann musste ich auch nur einer anpusten und du bist schon weg. Nee. Nee. Leute, Leute, sorry. Nichts. Nee. Aber es kommt halt auch nichts Gutes nach, ne? Junge, dieser eine Blaser, die haben zwei Leute, die 20 Kills gemacht haben. Was ist das für ein Ranking? What the fuck? Hat der gerade sich in der eigenen Tinte irgendwie reingeduckt, aber der ist da nicht irgendwie drin gewesen? Nice. Jetzt löschen wir direkt mal aus dem Bot. Wenn ich jetzt wieder respawn krieg. Danke. Ich mach die schnell fertig, kein Problem. Oh, das sieht gut aus. Freunde, Nerv Blaster. Nice. Macht fertig. So. Runde vorbei. So macht man das. Okay, das schon mal weg. Ja, geile Flank, Junge. Jetzt ist einfach keiner da. Alles gut, ich lasse das weg, Jungs. Nice. Was für eine Vibe. Nice. Aber jetzt aber, Ult noch mal. Jawoll. Ähm, ich hab getanzt wie eine Ballerina um das Ding rum. Ne. Ja, das hätte er nicht contesten dürfen. Ja, die können da ruhig mal die Backline schieben da hinten. Das macht mir nix. Da fahren wir eh nicht lang. Ah! Ich dachte, der wirft doch den Turm und Volt vorher runter. Das war gut. Pfff. Heftiger Ult Cancel. Okay, aber der geht runter. Leute. Leute. Müssen's jetzt holen. Wichtig. Egal. Wir haben zwei Leute verloren. Okay. Oh, es ist durch. Ah, das sind die Leute mit einem Problem. Ja, wir müssen gleich mal kurz, wenn ich sterbe, mal das Licht fixen. Nice. Ich hab getanzt wie eine Ballerina. Ich weiß nicht, warum wir verloren haben. Ja, ich wollt grad sagen, Alter. Nee. Leer gesaugt den Jungen. Der Lass jetzt einfach mal geklaut. Das wie mit diesen Memes klauen. Oh, er ist erstmal weg, ja. Oh, er ist auch erstmal weg, wenn er so rum springt. Oh, wir haben alle performt. Guck mal. Wir haben einfach zu zweit die ganzen Lappen gecarriert. Okay, den habe ich irgendwie abgestopft. Ich habe keinen davon bekommen. Oh, ich habe beide geschossen. Das sagt auch viel aus. Oh, Alter, habe ich den verarscht. Oh, Alter, den habe ich schon wieder verarscht. Nice. By the way, Loni, wie viel Spaß hattest du eigentlich, Table Turf vorzuspielen? Wie viel Spaß hat der Grind gemacht? Ach, komm, da kriege ich mal ein Netcode für den Jungen. Das ist ja frech hier, was ich wieder hier für einen Betrug hier anstatt für eine... Okay, wie habe ich den jetzt bitte gekillt? Meine Bombe war schon drei Jahre lang nicht mehr da. Ach, das war doch wieder hier... Das habe ich so gesehen, dass du da kommst, du so. Ich rechne mit nicht viel. Also, jetzt müssten wir wirklich... Ich zögere jetzt mit... Ach, der hat sich schon abfertigen lassen. Nee. Leute. Nee. Ach. Ja, wir können mal, glaube ich, das Licht wieder anschalten. Boah. Ich dachte, ich habe das Schild gesehen und dachte, das wäre der Typ. Ja, sicher, Bruder. Nee, true. Ich war zu keinem Punkt in diesem Spiel irgendwie, wo ich mal sagen habe, okay, jetzt habe ich Grip, jetzt kann ich irgendwie was machen. Die ganze Zeit, ich gehe rein, ich sterbe. Ja, ihr habt das schon gecleared, alles gut. Ja, ist klar. Da muss ich auch mal heftig aufrunden gehen. Ja, ich habe irgendwie keinen gesehen. Die, die ich gesehen habe, sind direkt gestorben und er kam aus dem Nichts und hat einfach geflammt. Ja, vor allem die Punkte, die brauchst du ja sonst auch nicht. Ja, was ist das für ein Betrug? Der wurde angezeigt, dass der nach unten fährt. Da dachte ich mir so, oh ja, okay. Ja, ja, aus dem Grab killen hier, wie der Undertaker schon wieder oder was? Ich wusste genau, dass du Tintenverschneiden hast, so wie du gespielt hast. Da habe ich gelesen. Da habe ich gelesen, wie ein Mandala. Ich habe Bomben in meiner Fresse. Ich werde euch alle sozusagen vernichten. Guck, wie ich dich vernichtet habe. So, jetzt gehe ich mit dem Staubsauger rein. Ihr werdet alle nicht sehen, wo ich der Kopf steht. Dann springe ich hier drüber richtig skillig. Ehre, Ehre. Kill ihn, kill ihn, kill ihn. Ja, ich bin der beste Spieler. Let's go. Hoppa, ja, alles klar. Okay. Wenn ich 100 subscriber habe, mache ich einen Stream, einen HotDrop Stream aus der Regentonne. Das habe ich schon festgelegt. Dann kaufe ich mir eine Regentonne und stelle mich da rein. Dort stellen wir uns drauf und ich mache einen Sauger. Und dann droppe ich auf die Nade, weil der Turm wegfährt mit 300 kmh, Bruder. Hey, ach was? Ich sage gerade auch übel. Oh nie, Alter. Kann man das bitte quoten? Oh, Alter. Oh. Wo habe ich denn dahin geaimt? Warum nehme ich eigentlich falls, wenn ich keine AIM habe gerade? Junge Hydrant, Alter. Alter, die Runde macht keinen Spaß. Nee, nee, nee. Boah, Alter, war die Runde scheiße. Alter. Hey, aber die Amo hat genauso geschmissen wie ich. Jetzt halt mal. Halt, 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 halt. Ich nehme das nicht alleine. Er hat, okay, er hat zweimal mehr geultet. Das heißt aber auch, er hat zweimal mehr geultet und genauso scheiße gespielt wie ich. Alter, stopp. Das nehme ich jetzt nicht hin. Hat ein Ablohne, ja? Wenn ich dich mal aus dem Keller rausgecarried habe, ja? Es ist halt so, ich fange an zu spielen, da bin ich kalt, weißt du, dann glüh ich so auf und dann bin ich so drei Runden gut und danach glüh es halt ab. Und momentan bin ich heftig ausgeglüht. Aber wer dann mal, bis ich wieder hier drin bin, ja, dann geht es ab. Nee, das nehme ich nicht. Ich sehe schon, wie ich hier sterbe. Ich sehe schon, wie ich hier sterbe. Ich habe es doch gesehen. Bruder, die haben Missiles. Es zackt. Boah, es zackt so hart. Ich muss gleich aufhören, ey. Das ist ja hier, ich spiele richtig an jungen Missiles, Alter. Wie kommt der Typ hier rein? Wieso hat der... Wie viele Missiles kriegt denn der Junge? Der hat schon 50 gehabt, die Runde. Mach den weg, Tiger. Bruder, Flingser ist so unlustig. Geh dich löschen. So, jetzt kann ich wieder engagen irgendwie. Nee. Nee, ich komme nicht mehr aus dem Spawn raus. Jetzt geht das Licht noch aus. Jetzt hat er schon wieder Ult. Es ist doch... Boah. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will wirklich nicht mehr. Ja, jetzt bin ich auf dem Sack. Boah, Spiele scheiße, leider, ganz ehrlich. Es ging nur, es geht nur bergab. Ich gehe... Nee. So, ich bin wieder da. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Jetzt wird noch eine Runde gespielt. Wie viele Ulz hatte der Flingser bitte gehabt? Das waren ja... Der hatte die ganze Zeit nur Missiles, Alter. Ich schwöre euch, Alter. Ich irgendwann mal nach Japan komme, ne? Ich finde den Typen, der die Idee hatte, dass Splatoon 2 Ulz wieder reinkommen und ich kacke dem so fett vor die Haustür. Ich schwöre es euch. Die Runde kommt ins nächste Video. Ich muss jetzt erstmal 24 Stunden schlafen, bevor ich das anfange zu schneiden. Sonst kriege ich wieder Flashbacks und dann werde ich aggressiv beim Schneiden. So. Och, und dann noch zwei Sniper im Gegend. Ach, komm. Lutsch mir doch sonst wo ein, Alter. Ich schwöre. Weißt du, wenn man aggressiv ist, hat man schon verloren. Das wird jetzt einfach die richtige... Das wird jetzt die richtige Trash-Runde. Ich sag's euch. So, Freunde. Ich habe jetzt die PvP-Brille aufgezogen. Jetzt geht's los. Und ich bin der Runde gelieft. Alter, ich will doch nur noch eine Runde spielen. Es kann nicht so schwer sein. Ja, keine Sorge, Leute. Ich habe jetzt hier, was viele nicht wissen, da drin ist ein Aim-Bot eingebaut. Und ich sehe jetzt die Leute durch die Wände im Prinzip. Die Brille ist mir auch viel zu klein und ich sehe alles etwas verschwommen, weil die dreckig ist. Aber vielleicht tut es jetzt das Licht so brechen, dass ich die Gegner früher sehen kann. Weißt du, ich... Nach... Nach Wüten kommt doof. Und da an dem Punkt sind wir jetzt angekommen. So, weiter geht's. Ich habe die PvP-Brille jetzt, äh... Jetzt ist alles vorbei, Alter. Jetzt gehen wir richtig rein, Alter. Es ist... Ich will doch nur eine Runde spielen. Ich habe jetzt die PvP-Brille falsch rum aufgezogen, um dann so diese... Die schlechten Skills, den ich habe, praktisch umzudrehen in einen positiven Skills. Ich sehe es übrigens noch schlechter wie vorher. Das kann aber nur zu meinem Guten sein, denn wenn ich das sehe und nichts treffe, dann sehe ich... Wenn ich nichts sehe... Sehe ich Gegner. Nein, nicht Edeka! Action. Gehen jetzt voll rein. In eine Flank, I guess. Ja, ich kriege auch... Ich kriege auch einen Sack. Komm nicht zu mir. Komm nicht zu mir, bitte. PvP-Brille. Ich sage es euch, ich habe die Schmoofs jetzt. Da bin ich wieder. Flink wie ein Tiger. Die sind nicht so flink, oder? Den habe ich weggemacht. Den habe ich gesehen. Den habe ich schon gesehen, drei Minuten bevor er da stand. Die Reverse-Pvp-Brille macht es halt möglich. Da ist er. Ja, den habe ich auch schon gesehen, bevor er da war. Easy. Ja, 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 okay. Ich habe jetzt gesehen, dass ich krass bin und das fand ich mich hier geholt. Mal pass auf. Machen wir jetzt alle weg. Ja, okay. Danke, dass ihr alle da wart. Wir haben verloren. Auch die Reverse-Pvp-Brille konnte uns nicht helfen. Ja, morgen bin ich dann wieder in Ordnung. Und...